Hey, könnt ihr etwas leiser sein? Meine Sendung fängt jetzt an. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Am Anfang noch langsam und dann immer schneller und schneller, bis irgendwann der gesamte Arsch steil in die Luft ragt. Und das ist ein gewaltiger Arsch, wir reden hier von 20, 30.000 Tonnen. Wenn du bist, immer auf der Suche, bis du deinen Sinn vorstellst. Ich seh in dein Herz, seh gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Durch Liebe und Schmerz, mit dem Guten und dem Schlechten Zeiten, dein Schicksal bestimmt. Ich bin immer noch spitze.